Guten Tag, wir sind live, wir sind da, wir sind jetzt schon in den Niederlanden. Wir fahren 300 Kilometer von Nimwegen bis nach oben Amsterdam. Wir fahren nämlich nicht einfach straight, dann wäre es nur so ungefähr 100 Kilometer, könnte man locker an dem Tag machen. Wir fahren über Sertogenbosch bis nach Amsterdam zur TwitchCon und deswegen auch Hashtag Road2TwitchCon. Ihr versteht mich gar nicht. Ich kann so rumrufen, hallo ihr seid alle blöd und niemand versteht mich. Was hast du gesagt? Das ist das Fahrrad von Knirz, er hat sein eigenes mitgebracht. Wir kriegen noch eins und wie genau und wo genau, das zeigen wir euch jetzt. Wir machen uns jetzt nämlich auf den Weg dahin. Dieses Fahrrad auch in unserer Konstellation. Rentnermoppet, ah, das Mutterschild. Wir müssen jetzt nämlich als allererstes erstmal über die Fahrräder überhaupt abholen. Und hier sind wir schon, das ist schon der Laden. Gehen wir rein. Hallo. I think you know why we are here, right? It's for the electrical bikes, is that right? Yes. We, 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 we get the, have the two bikes, yes, things, booms, englisch. I've got the bikes for you. Would you like some coffee? I, I don't drink coffee, aber du bestimmt, komm, nimm einen. Nimm mal einen. I also have tea if you like. Oh, I would take this, yes? Hä? Du bist so ein Gaming-Opfer, so, dass sich so Energies gönnt und so. Du bist voll der Lüse. Sorry. Ich hab nicht im Zug geschlafen. Ich hab aufgepasst, dass wir rechtzeitig aussteigen. Ich hätte auch sonst noch was anderes. Wichtiges persönlich, weil wir tragen ja gleich vorbildlich einen Helm. Und einen Helm alleine ist ja irgendwie, dann siehst du halt aus wie ein Henko-Penko. Deswegen, ähm. Hab ich mir gedacht, Ronny, vergiss das eh. Deswegen hab ich ihm ne Sonnenbrille mitgebracht. Oh! Das ist perfekt. Knips hat die ganze Zeit, seit Tagen sagt Knips, er hat die krasseste Brille von allen dabei. Dreht euch mal weg, ihr dürft noch nicht schauen. Okay, seid ihr bereit? Ja. Drei. Zwei. Eins. Das ist ne ziemlich schnelle Brille. Ey, ich seh ja aus wie ein Henko-Penko, Alter. Ich seh ja. Das ist aus wie ein Henko-Penko. Ich seh richtig bescheuert aus. Wir fahren jetzt los. Okay, das heißt, ich kriege jetzt das Gerät. Dann geht es jetzt endlich, endlich, endlich los. Boah, Alter Verwalter. Ich glaube, wir müssen rechts eh lang. Scheiße, ach du Scheiße, Alter. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Digga, Dien, du hast ja schon richtig schwitzige Hände, Alter. Hashtag Couple Goals, Hashtag Beziehung, Hashtag Verliebt. Hashtag Liebe. Ich find die... Hashtag XYZ. Lass da mal kurz rein. Aber Schatten wär auch geil, ne? Hier direkt, links? Okay. So, wie fühlt ihr euch? Geil. Erst halbe Stunde unterwegs? Ich glaube, ich muss mal Strohladen. Äh, yo, kurze Frage. Wie viel ist dein Outfit wert? Schuhe hab ich mir damals gekauft. So für 120 Euro, als ich noch reich war. Hose geschenkt bekommen von Mama. T-Shirt geschenkt bekommen von Mama. Schnelle Brille von Dien geschenkt bekommen. Warte mal, Radlerhose muss unterste Lage sein, Jungs. Bitte? Radlerhose soll man nackt anziehen. Wie mach ich das denn? So, ich bin bereit. Wie lange war jetzt diese Pause, obwohl wir eigentlich uns nur umziehen wollten? Eine Stunde bisschen. Oh mein Gott, diese Radlerhose. Oh, das fühlt sich so geil an. Alter. Zehn von Zehn. Es geht weiter, Leute. Hallo. Hallo, Chad. Habibus. Boah, ich fahr ohne Akku, ne? Ich bin so ne Maschine. Ich auch. Oh, scheiße. Eigentlich müssten wir bei der ersten Windmühle stoppen. Eigentlich müssen wir auch nur die ganze Zeit geradeaus fahren. Ey, die erste Windmühle. Kann man da irgendwie hoch? Wollen wir da hochfahren? Aber wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, dann können wir doch da einen kleinen Pausestream mit Essen machen, oder? Wir haben noch keine Lebensmittel. Das heißt, wir müssen uns Sachen holen. Wir haben sowas wie Campingkocher und sowas haben wir dabei. Das heißt, wir könnten uns so Essen kochen und sowas. Wir müssen einem Zeit nur noch Lebensmittel besorgen. Und da ist jetzt der Jumbo. Und da gehen wir uns jetzt einfach was holen, oder? Lass mal erst mal die wichtigen Sachen kaufen. Komm, wir brauchen so ne Bananenstaude. Die sind gut. Es sind aber nur drei. Ja, ich kann ja noch welche dazu nehmen. Wir haben rote Linsen. Ey, lass die einfach nehmen mit, oder? Linsen mit Bananen. So, ist das jetzt Gemüsebrühen? Tuink-Rühen? Soe-Brühen? Sieht gut aus, oder? Kippen? Grinte. Kippen? Kippen. Wir gucken jetzt nach so der Sitterung und diese fertigen Soßen, ne? Hier sind die fertigen. Die sind so lost eigentlich gerade, ne? Die sind so durcheinandergekommen. Warte, komm, ich tue sie. Haben wir alles, ja, ne? So eins, ne? Boah, das sieht, glaube ich, richtig freudig aus, ne? Rater Zitrönen. Amstelbier. Ronny, mach mal einen Sprint. Oh mein Gott, das ist ja richtig warm draußen. Alter. Hallo, Dihil. Also, wir haben ja fürs Protokoll, hier geht nicht mehr alleine einkaufen. Weil ich hier eine halbe Stunde gerade saß und mir dachte so, okay, ich kann doch eigentlich alleine weiterfahren. Ähm. Wir haben keinen Campingplatz. Wieso nicht? Erstens kann ich mit meiner Flatt nicht im Ausland anrufen. Beides haben die eh schon alle zu. Ähm, ich hab jetzt in die ganzen Yes-Figuring-Buppen reingeballert. Ähm. Wie es aussieht, ob es da Leute gibt, die merken. Und sonst, äh, ja, müssen wir beim Bauern klingeln. Und ich würde vorschlagen, dass wir das am besten nicht nach 20 Uhr machen, weil dann sind die Leute pisst. Ey, es ist echt schon ein bisschen frisch geworden, ne? Oha. Alter, da hast du eine richtig schöne Fahrradallee. Wie? Du sagst, wir halten immer an. Ja, da ist vielleicht, da mag vielleicht etwas... Oh, wir fahren jetzt über so ein Richtigeskreis, dass ich jetzt schon keinen Bock habe aufzuhören mit Fahrradfahren, ne? Hallo, guten Tag. Hey Leute, ich bin gerade auf dem Weg zum Bauern Fritz. Ich will Karotten kaufen. Ach man, ich freue mich so. Boah, guck mal, ist da eine schöne Bank. Wollen wir da Pause machen? Warte, lass mal echt kurz Pausen. Wir haben es schon vorher gesagt, wir bringen... Das ist der Dopp, gell, Alter? Dopp, gell, weiter. Dürfen wir das jetzt im Stream legal machen? Ja, dürften wir. Wir dürfen hier legal schon rein-Bug ausziehen, ne? Ihr fragt euch, warum wir so lange offline waren. Wie viele Kilometer sind wir jetzt insgesamt gefahren? 30? Okay, das ist doch okay für die erste Etappe, 30 Kilometer. Manche haben bei Knirps reingeguckt, in den Stream heute noch. Und dann ist irgendwann das Internet weg gewesen. Die haben ja eine Unlimited-SIM-Karte aus den Niederlanden gekauft. Unlimited. Das ist so ein Henko-Penko-Unlimited. Nach 10 Gigabyte wird das gedrosselt, wie wurden gescannt. Dann muss man eine SMS dahin schicken mit einem Code, und dann kriegt man 2 Gigabyte zusätzlich. Yo, Freunde, komm, wir machen eine schnelle Runde. Wir machen eine Fragerunde. Stellt mal schnell eure Fragen, wir beantworten alles. Drei Fragen. Machen wir ein paar Kickflips. Das ist keine Frage. Wendlingen, Nasenhaare. Ronny. Was macht ihr gleich? Kochen. Kochen und heulen. Was machen die alle zusammen gleich? Ich glaube, meine Glasblasche geht langsam leer. Das Ding ist, Ronny war auch so richtig... Nö, nö, ich hab meine eigene dabei. Oder ich hab das Ding hier einfach kaputt gemacht. Kann auch sein. So, hier, wer möchte welches Besteck haben? 2 Camping- und einmal Hausbesteck. Ich will den hier, das ist die Farbe Xanau. Das ist kein Grün, das ist so blau und grün. Okay, dann krieg ich das andere Camping-Besteck. Gib's mir. Erdbeck-Kid, genau die ist das, Alter. Ja, im Ohr. Du wirkst jetzt schon so, als wärst du mal äh. Was? Nicht so viel, ich hab auch Hunger. Damit meinte ich nicht, dass wir... Nee, ist doch gar nicht.